Ich fliege heute mit meinem Sohn in den Badeurlaub. Mein Freund kommt leider nicht mit, aber dafür Jenny. Ich packe jetzt den Koffer und zwar kommen da einmal Windeln rein, Feuchttücher, Schwimmwindeln, dann einen faltbaren Wasserkocher, dann eine kleine Luftmatratze für den Kleinen, ein Behälter, wo sein Essen warm bleibt, dann ein Letzchen, was abwaschbar ist, eine kleine Apotheke mit Fieberthermometer, Nasenspray, etwas für die Zähnchen und etwas für seine Popelchen, eine Sonnencreme, Milchpulver, ein Letzchen und noch ein Schlafsack, dann lange Hosen, dann hier noch lange Oberteile, dann nochmal T-Shirts, dann habe ich hier nochmal Tanktop, zwei Tücher, dann hier noch Badesachen, die extra UV geschützt sind, dann noch Badehosen, eine Mütze, dann hier noch Zahnpasta oder etwas, wo mit der warm bleibt im Wasser, dann noch ein Büchlein, dann kommt die Bettumbrannung mit, die Tonis und noch einiges mehr, aber das mache ich morgen.